Ich habe einen amerikanischen Traum, das goldene Zeitalter der Einzigartigkeit. Ich habe wirklich nicht gesehen, dass ich Steven nicht hören kann, zu alten Pop-Rock-Musik. Ja, ich habe nichts gesehen. Ja, ich habe nichts gesehen. ich wollte nur weil das ist der letzte schrank den wir hier haben dann ist er christmas present ja wir kriegen vielleicht keine wollen wir nicht artig waren zu machen geht nicht rechts 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 ok daniel wasser 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 jesu yep it's empty Reden, weil er wollte dir noch irgendwas erzählen. Ach so, ja, stimmt ja. Ich bin mir nicht so sicher. Ja, dann mal los. Ich weiß nicht mehr, was ich drücken musste. Ansehen? Nee, nee. Ach so. Alexi, du lachst, weißt du, was ich drücken musste? Ja, also. Da, öffnen wir da. Ich weiß nicht, ich glaub wir hätten den Schlosser noch finden können, aber jetzt ist es heute passiert. Kriegst du die auch nachher wieder zu? Der Tür zu machen sollte, sollte ja leicht sein eigentlich. Ja, auch. Er zusperren, oder? Hat er jetzt? Ja, Aua! Die ist kaputt, oder? Ja. Äh. Wir haben alles mit. Ja. Ne, oben. Äh. Sprechen? Ja, die besprechen. Ja, mit ihm besprechen, Daniel. Ja, warte, ich guck mal, das, wofür weißt, an. Ach so. Ja, nein, besprechen. Können wir das mit ihm noch? Ulysses. Hey Daniel, check this out. His name is Ulysses. Like, the hero? I guess. So cool. Oh, Bidda. These pictures are so random. They looked happy. How could you send all of this to hell? A story. Yeah. You've finally left forever. Coward. Oh, Bidda. Yeah. Und dieses Geräusch höre, dann fühle ich mich älter als der Wald, älter als du, aber jünger als der weinende Fluss zu meinen Füßen. Wenn ich ins Erdreich rutsche, würden die Stimmen gedämpft in mein Gesicht im Kissen, damit niemand weiß, dass ich hier bin. Ich könnte mich durch die Wurmlöcher schleichen, doch das würde nur nach unten führen. Also fühle ich mich selbst über die Baumspitzen, über den Fluss, schwindend wie immer. Oh, was ist das denn für ein Gesülze? Entschuldigung, dass ich das so sage, aber da versucht aber einer sehr, wie soll man sagen, intellektuell rüber zu kommen und es wirkt irgendwie sehr Banane. Liebe Karen, vielen Dank für deinen Brief. Ich dachte, du hast deine Brieffreundin vergessen. Es ist so üde hier draußen und deine Briefe sind das Beste überhaupt. Du hast gesagt, du bist manchmal auch sehr einsam in Beaver Creek. Und ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben. Es ist so nicht lustig, so nicht lustig, dass ich diese große Familie habe und so neidisch bin, dass du ein Einzelkind bist. Du hast das ganze Haus für dich wie eine Königin. Ich habe dir schon gesagt, dass mein dämlicher Bruder Keaton so ein unreifer Junge ist, obwohl er der Älteste von uns ist. Er hält sich jetzt für cool, weil er einen Führerschein hat, was auch immer. Aber warte nur, bis ich fahren kann und wir sehen, ob wir uns besuchen können, wann immer wir wollen. Ich höre Papa wegen irgendwas schreien. Ich mache mich lieber vom Acker, bevor er mich erreicht. Bitte schreib mir bald und ich schreibe zurück, sobald du es tust. Deine liebste Brieffreundin Emma. Warum hat die denn einige Wörter, so Großschrift, so vielen, so froh, so Königin, dämlicher, bitte. Bedeutet nichts. Ich finde es komisch. Schlitzerei, musst du gucken. Ach ja, die gab es ja erst dadurch zu sehen, ja genau. Ja. Ja. Okay. Einfach wieder ausmachen. Ja. Ja. Figures, Karen, was already looking for an exit. Okay. So, you were a friend of my mommy's? Guess the no phone rule wasn't such a thing back then. I hope she took good care of you. Read a lot of these in the 10th grade. Yawn. Hope you enjoyed your trips. So you didn't bail on us for nothing. Jung und frei, einfache Tipps für die Weltreise, bevor man 30 wird. Recherchiert, regionale Geheimnisse, Idealplan. Mhm. Did she take you with her, when she went on a trip? This playlist is boring as hell. I wonder my mom loved it so much. I miss my music. What? Ach so, da. Nee, das sieht eher wie so'n... Ach so, nee. Keine Ahnung. Boygroup. Boygroup, ja, genau. Dancing. I think it's not plugged. Na gut. Ist auch besser so. So, und so haben wir hier noch einen Weg. Come on. I like to take pictures of strangers, when we walk down the streets. Never been a big fan of hiking. But here I was, walking my way down to Mexico. I think I saw a moon eclipse once, before Daniel was born. I miss my skateboard. I'm going to the park. With Lila. They want to forget anything related to Karen. Hm. I can relate. Okay. Irgendwie haben wir alles, oder? Und? Haben sie was gefunden? Joa, nix wesentliches eigentlich. Okay. Also, und, dass du gegangen bist, war ich ja noch bei diesem schwülzigen Gedicht, was sie da geschrieben hatte. Was war mit dem Brief da unten? Habt ihr den auch bekommen? Ja, das war, ja, Brief von ihrer Brieffreundin. Ach so. War aber jetzt auch nicht so... Okay. ...so wichtig. Ja. Wir haben alles. Ich könnte eigentlich gehen. Haben wir den Briefchen auch gelesen? Welchen? Den. Der Bär da oben. Den, äh, den müssen wir öffnen, okay? Die haben wir, glaub ich, eben überhaupt noch nicht angezeigt gekriegt. Nee, weil der Bär drauf saß, glaub ich. Ah, ja, richtig. Ja, weil sie neu aussehen. Hm. Was ist das für Mom? Huh? Huh? Let me see... Come on. What's it say? Read it. Seriously, stop. Here. How about this? I've heard the news about Seattle. Is this in... game? What's the... P.O. Box? What's it? Musik? Ja. What's it? Die Musik, ja. Please... Help my sons. Oh, yeah, right. Total bullshit. What do you mean? She cares about us. Wow. I don't. Baby, she changed mind. We could try and contact her. You don't even know her, okay? Don't get in your wrong ideas. We should just... Stick to our plan. For now. Can I read it again? Yeah. There was a lot of the address in a moment. Oopsie. Oh, no. Uh-oh. It's a little slide. We're sorry. We're sorry. But we just wanted to... No one ever told you that everything you say before a but has no value? You know you shouldn't be in here. Claire, please. Calm down. No, Steven. They went way out of line here. We specifically told you to stay out of this room. I have the right to see my mom's room. This isn't her room anymore. There is nothing to see in here. It's time you learn to respect some rules. Mama's brief. Yeah, I would. I would. I would. You. You lied to us. But I would. We found mommy's letter. We found mommy's letter. We found mommy's letter. We found mommy's letter. No, yeah. She wants to see us. She's not my daughter anymore. Or your mother. She burned all those bridges. One letter doesn't change what she did to me. All of us. She is not welcome back. Gib uns nicht die Schuld. No. Just don't blame us for being curious about her. But I know her better than anybody. She hasn't changed. She just feels guilty. I can't hear that. Listen, Sean. I know life has been tough on you the past month. Bless your souls. And we put up with a lot of things. But that breaking our door to sneak into the room. That shows you don't respect us. We could go to jail just for helping you. This is how you pay us back? Well, things are just going to change around here if you want to stay. Man, I think I see why mom left now. She couldn't put up with your stupid rules anymore. Oh, so that's what you think? Then let me tell you something. Ha? Stephen! Oh, scheiße. Da ist die Treppe runtergefallen. Jeder währt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, und ihr könnt ihr mit der Kraft natürlich den Schrank hochheben. Ja. Stephen, no. Hold on, honey. We'll get it off. No, stop. My legs. My legs. My legs. Ja, mach halt. Ja, jetzt müssen wir. Ja, natürlich. Ja, ja, klar, hoch eben. Kraft einsetzen. Sollen wir machen. Das ist natürlich auch so eine Sache für die christliche Familie hier. Ja, ja. Ja, ja, schon, aber... Ich hoffe nicht, dass die so fanatisch sind. Das Problem ist, wenn die den angehoben hätten, dann hätten die gekippt und hätten die Fuß nur mehr gebrochen. Ja. Ja. Irgendwann kommt es halt immer auf einen zu. Ja, nichts was mit Gott zu tun hat. Ja. Ja, aber auch nichts was mit dem Teufel zu tun. Ja. Weil die macht jetzt schon so einen Eindruck nach dem Wunder. Das ist was mit uns. Das war ein Wunder. Ein Weihnachtswunder. Genau, genau. Genau. Ja. 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 vielleicht doch zu einfach gewesen das ist ein autoklonen polizeiwagen am der hat ihm nicht die wahl gesagt er hat geglaubt er hat das jetzt getan das hat er jetzt schon geschnallt ja schon aber das kann ja doch er gesehen hat dass mann 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 kristin muss be so mad at me i could tell he was pissed when he saw i had the power dude i told you to let him know you never listen you're always telling me what to do and you do whatever you want so i thought yeah that's so fun for me i'm just trying to protect us okay i know sorry sean i'm tired of running away why does my power always bring trouble you don't have to use your power if you don't want to but i'm good with it and i'm the only one who can do these things i know but daniel you need to be careful and listen to your brother you think we'll see grandma and grandpa again i don't know we'll see where are we gonna go now see see mom no way man we don't need her okay but she said she wanted to find us we stick to the plant we go to puerto lobos that's where we belong no one will tell us what to do we can be whoever we want you think i don't know trust me man from now on we make our own rules look i even got your present merry christmas a nano for real but it's in two weeks who cares dates are boring here and now we get the great gifts of the great parents i don't know it's weird but i like it early christmas is the best hey i got something for you too i wanted to finish it but we're doing it now so we're doing it now man that's so cool hey listen there's a right come on mhm all aboard okay probably on the other two probably on the other two probably on the other two there's a lot of anger between him and in the other type yeah but he did have a word that would be totally on the trip yeah yeah well is this now but not but guys but you have to run yes but he is very soon Der ist ziemlich schnell, das stimmt. Der ist zu schnell, das geht's... Ja, bestimmt. Garantiert, ja. Der ist langsamer geworden gerade. Ja, warum wohl? Boah, dann bleibt der wasch... Die aufsteigen. Ihr werdet Papa. Ja, ja. Ja, ja. Der Song klingt nach Amy MacDonald. Oh, na. Wer weiß. Kann ja sein. So, mich fand ja nicht so spannend. Die wird falsch gesetzt. Ist mit dem Song nicht einfach schlimm? Ja. Ja. Ist nett. Okay, wir haben... Part 2 durch. Wir können mal beschuldigen. Ja, das ist ja ganz gut. Dann ist für uns unsere heutige Sitzung beendet. Und wir können nächstes mal mit einem frischen Part beginnen. Ich geh mal auf verlassen. Ich geh mal auf verlassen. Genau, wir brauchen ja noch die Entscheidungen. So, du hast deinen Schneeball auf Daniel geworfen. Das haben 52% geworfen. Du hast Daniel... Warte mal, was haben wir denn da mit einem Prozent? Du hast einen Schneeball auf Trüffel geworfen. Wer macht denn sowas? Also wirklich. Ähm, du hast Daniel den Puma töten lassen. 45%, 55% haben... Ja, ist nicht so viel Unterschied. Und den Puma verscheucht. Ja. War ja nicht klar, ob man ihn verscheuchen kann. Ja. Du hast gemeinsam mit Claire und Daniel gebetet. 89%. Was haben denn die anderen da gemacht? Du hast dich geweigert, gemeinsam mit Claire und Daniel zu beten. Claire hat allein gebetet. Niemand hat gebetet. Was ist denn da los? Also ich meine, ich bin ja theoretisch auch unter denen, aber nicht unter den Umständen. Ja. Du hast so getan, als wüsstest du von nichts. Du hast dir hingestanden, dass Daniel Kräft hat. Achso. Ja. Du hast mit zusätzlicher Hausarbeit geholfen. Ja. 76%. Du hast Daniel gesagt, dass es richtig war, Chris zu retten. Ja. 70%. Du hast dich nicht mit Stevens Laptop in dein Profil eingeloggt. 56% haben das gemacht. Ich wäre immer noch neugierig gewesen, was da ist. Du hast leider nicht angerufen. Und haben aber auch 67% tatsächlich getan. Du hast Chris Vertrauen nicht gewonnen. Oh. Du hast Chris Vertrauen gewonnen und er hat dir von seinem Vater erzählt. Das haben aber auch nur 18%. Oder Vertrauen gewonnen und nicht nach seinem Vater gefragt. Hatten dann auch nochmal 5%. Okay. Du hast Daniel aufgetragen, Chris die Wahrheit zu sagen. Ja. Haben wir gemacht, aber hat ja nichts genützt. Ja. Du hast dir Cassidy's Lied nicht bis zum Schluss angehört. Ja. Pfff. Was weiß ich denn? 58%. Das wäre jetzt wichtig gewesen. Ich weiß es nicht. Und gar nicht nur zwei stylish. Du hast auch deine Raumschiffe für Chris gezeichnet. 34% Du hast nichts für Chris gezeichnet. Was denn mit denen? Vielleicht haben die gar nichts gezeichnet. Vielleicht haben die sich nicht hingesetzt auf die Bank oder so. Das kann natürlich sein. Du hast dein Weihnachtsgeschenk für Daniel gekauft. Ja, das haben immerhin 57 Prozent. Du hast sogar das Geschenk für Daniel gestohlen. 33 Prozent. Du hast mehrere Weihnachtsgeschenke für Daniel gefunden. Ja klar, wenn du eins kaufst und drei kaufst, dann hast du natürlich mehrere. Ja, aber gefunden steht da. Ja, da ist doch irgendwas faul. Du hast dich nicht in Charles Probleme eingemischt. 90 Prozent. Ja. Klar. Du hast Daniel angewiesen, Steven mit seiner Kraft zu helfen. Ja. Ja, auch die meisten. Ihr wurdet verfolgt, aber Chris wurde nicht angefahren. Ihr wurdet verfolgt und Chris wurde angefahren. Das gab es auch. Und ihr wurdet nicht verfolgt. Und Chris hat euch geholfen. Wie konnten wir denn nicht verfolgt werden? Ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, da irgendwas vorher zu tun. Und dann muss es wohl schon im Haus irgendwas gewesen sein, was dafür gesorgt hätte. Daniel hat aufgehört zu fluchen. Juhu. Daniel hat das Würfelspiel verloren. Ja, wir waren ja auch gut. Durchschummeln. 42 Prozent hatten durchschummeln. Ja, klar. Daniel hat den Puma getötet. Ja, ist ja klar. Daniel konnte Trüffel angemessen beerdigen. 45 Prozent. 55 Prozent nicht. Ja, das sind die, die den Puma nicht getötet haben. Die konnten den nicht beerdigen, weil der Puma sich dann einfach den Hund schnappt abhaut. Daniel hat zugestimmt zu beten. 96 Prozent. Okay. Daniel hat das Zimmer nicht aufgeräumt. Ja, dieser Daniel. Naja, der hat ja gesagt, der will nicht mit aufräumen. Naja, das stimmt. Daniel wurde nicht gebeten bei der Hausarbeit mit 11, 3 Prozent. Okay. Daniel hat nicht gehorcht und Chris weiter angelogen. Daniel hat gehorcht und Chris die Wahrheit gesagt, das waren 18 Prozent. Du hast Daniel nicht gebeten, Chris die Wahrheit zu sagen, das waren 57 Prozent. Okay. Aber dass er die Wahrheit gesagt hat, hätten wir wahrscheinlich vorher auch irgendwie anders mit ihm umgehen müssen, dass er das dann gemacht hätte. Weil bei 18 Prozent hat es ja geklappt, dass er getan hat. Insgesamt wurde Daniel ermutigt, seine Kraft einzusetzen. 42 Prozent. Ja, kommt halt drauf an, wann. Daniel hat Chris vor dem Auto gerettet, 39 Prozent. Da haben wir 18 Prozent. Daniel musste Chris nicht retten und Daniel hat Chris nicht vor dem Auto gerettet. Daniel hat niemandem die Schuld gegeben, denn es ging Chris gut. Ja. Ja. da hat er jetzt keinen Unfall gefreut. genau. Waren ja auch die meisten. Daniel hat sich über sein Geschenk gefreut, 57 Prozent. Daniel war so aufgebracht, um sich über seine Geschenke zu freuen. Ja, wenn da dieser Unfall passiert wäre, hätten die Geschenke ihm auch nichts mehr genutzt. Wahrscheinlich. Ja, das kommt in etwa so zusammen mit, wenn man die beiden hier zusammenzählt, die beiden Sachen. Okay. Fortfahren und das heißt, es beginnt jetzt das nächste Kapitel, was aber bei uns dann erst in der nächsten, obwohl wir lassen uns den kleinen Trailer vielleicht noch, nee, das ist glaube ich der gesamte Vorspann dann. Ja, die reden jetzt deshalb, was? Cannabis. Achso. Da hat das fachmännische Auge wieder sofort. Ich wollte auch gerade sagen, ich hätte das gar nicht erkannt. Ich hätte jetzt erstmal so fahren oder so, aber nee, stimmt. Ja, aber wir machen das hier beim nächsten Mal weiter, da werden wir dann doch mal die Pflanzen genauer untersuchen und wenn euch das gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben und schalt dir noch nächstes Mal wieder ein bis dahin sagen wir. Ciao, ciao. Wir werden uns nächstes Mal von Lexi beraten lassen, wie wir die sozusagen untersuchen haben. genau. Und ob wir davon was mitnehmen sollen vielleicht. Wir schauen dann mal. So, jetzt aber ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.